wir haben hier eine b15 bomberjacke die schon im zweiten weltkrieg getragen wurde gab es verschiedene ausführungen aus leder oder aus stoff oder aus schaffeln wir haben die detailgeträge nachgemacht die schaffelle sind aus paru aus 4800 meter höhe wir haben hier also eine fellhöhe wenn man den finger reinsteckt kann man das immer testen von mindestens zwei zentimeter das ist das was wirklich die qualität ausmacht ja die hat wie die a2 bündchen an den arm und bündchen unten ganz einfach wegen der winddichtigkeit ja das war das a und so bei die fliegerjackentour am arm hat das praktische armbüro da kann man kugelschreiber reintun oder kleine unterlagen hier das schafleder ist relativ dick will mir nach einer alten vegetablen methode des galben ja genauso wie es früher war das war das war das war und das war es es